Ausnahmsweise lassen Sie mich die wöchentlichen Aktualisierungen in der Welt des Segelsports ausschließlich in einem außergewöhnlichen Boot widmen. In den vergangenen zwei Jahren haben die Bootseigner und die Crew der ICRA das 50-jährige Jubiläum des 12-Meter-Bootes geplant. Das sind 50 Jahre einer großartigen Geschichte. Es ist ein wirkliches Privileg auf der ICRA zu segeln. Kein Stein, der für diese Feierlichkeiten nicht umgedreht wurde, und 100 geladene Gäste auf Porqueroll Island waren gekommen, um das legendäre Boot an einem emotionsreichen Wochenende gebührend zu feiern. Für mich ist das eine wunderbare Jacht, die 50 wird. Ein fantastisches Boot. Ein Traum. Wunderwerk ist nicht leicht zu bedienen. Stark und kraftvoll, dieses Segel. Das Boot ist ziemlich schwer und die Lasten können sehr groß sein. Es erfordert ein Team, das sehr, sehr wachsam sein muss. An Bord erinnern wir uns, Historiker, an einige wichtige Termine für diese legendäre Jagd. Einige der wichtigsten Termine sind natürlich ihre Geburt vor 50 Jahren, im Jahr 1964. Danach die Wettfahrten in den späten 60er Jahren mit dem ersten französischen America's Cup Team. Später im Jahr 1981 forderte die ICRA die Pride zu einem freundschaftlichen Zweikampf in Saint-Tropez heraus. Dieses Match Racing wird dann eine sehr berühmte New Largue, eine Regatta für Modernes und historische Segeljachten werden. Eine Veranstaltung, die den Anfang für diese Art von Segeljachtenregatten in Südeuropa machte. Dieser Wettbewerb wurde sehr populär und später in Ile Voile de Saint-Tropez umbenannt. Im Jahr 2005 entschied der neue Eigner, dieses Stück Geschichte zu erneuern und somit Leistung und Tradition miteinander zu mischen. Ein neuer Eigner und ein fast neues Boot, in dem die ICRA durch eine komplette Überholung und vollständige Restaurierung geht. 2010 und 2013 gewann die ICRA Le Voile de Saint-Tropez und sicherte sich den prestigeträchtigen Rolex-Trophäe. Ich wünsche der ICRA aufrichtig, dass sie einen dritten Rolex gewinnen kann. Wir werden im kommenden September für die Voile wieder zusammenkommen und ich werde an Bord der ICRA segeln. Die Familienstimmung an Bord dieses außergewöhnlichen und erlesenen Bootes ist spürbar, das aber auch sehr kraftvoll und fordernd sein kann. Es ist eine Freude, Teil dieses Teams zu sein, auch wenn nicht jeder bei 100 Prozent ist. Naja, man kann nicht überall wirklich hingehen. Der 50. Geburtstag der ICRA wird als unvergessliches und emotionales Fest für alle Segelfreunde in Erinnerung bleiben. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Gleiche Uhrzeit, gleicher Ort. Bis dahin, auf Wiedersehen und fairen Segeln.